Auf nach Kaport, auf den Spuren von Jimi Hendrix. In diesem Video kriegst du ordentlich was auf die Hohen. Filmen der Gegensätze, laut und leise Töne, messen Sie ja. Musik 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 Okay, das Kontrastprogramm beginnt. Nun wieder Wohlfühlmusik. Moin! Morgens 7 Uhr, Zeit zum Klarmachen. Heute mal wieder einen kleinen Turn. Es soll nach Fehmarn gehen. Noch ziemlich kalt draußen. 13 Grad hat es. Naja, hat zumindest aufgehört zu regnen. Und für heute ist einigermaßen gutes Wetter angesagt. Jetzt haben wir drei Windstärken. Zwischendurch sollen wir auch mal 5 bis 6 kommen. Hier kam gerade eine Windwarnung. Ich denke mal, das geht. Wind kommt aus West. Das heißt, ich habe Landabdeckung. Einzige Probleme, vielleicht unter der Fehmarnsundbrücke durchzuckern mit meinem 10 PS. Aber das sehen wir, wenn wir da vor Ort sind. Jetzt erst mal ein Frühstück. Große Geschichte habe ich diesmal nicht zu erzählen. Außer, dass ich mich darauf freue, mir den kleinen Wissenhafenort anzufahren. Und ja, da gehe ich natürlich in meine Lieblingskneipe, ins Kamport. Schau mal, ob man da ein Bier losmachen kann. Und bevor ich jetzt drauf bin, haue ich auch vielleicht noch mal in die Seiten. Verknaule da die Gäste mit meinen Liedern. Und schaue mal, was der Tag so bringt. Na, was soll schon groß kommen? Natürlich Jimi Hendrix. Und zwar voll auf die Ohren. Ich stürfe. Ich kriege die Leute zu einemer Jaauen, wenn ich数 умpeich, dann über Q&A Citizen реж state, noch für die Ohren mit Kopf gucken, Kaug Sell der하면 mir nicht mehr Zeit. Und zwar Señor. Ja, ich bin Wahnsinn. Und zwarued, ich bin Wahnsinn. Es ist immer gefährlich, mich darum zu bitten, Lieder von Jimi Hendrix zu spielen, selbst wenn ich nur die akustische Gitarre dabei habe. Doch nur der Reihe nach. Morgens gegen halb neun begann meine Reise von Neustadt. Mit raumem Wind von drei Uhr vor konnte ich ganz entspannt entlang der Küste von Grömitz Richtung Dams Höwed segeln. Zum Thema Begegnung. Wie erwähnt wollte ich ins Kap-Ort und dort die Wirtin Regina und ihren Mann treffen. Dieser hatte mich sonst immer auf der Mundharmonika begleitet. Was ich nicht wusste, er ist letztes Jahr verstorben. Schon wieder dieses leidige Thema, das ich aber in diesem Video nicht weiter vertiefen möchte. Tja, so mag's gehen. Ich fahre gleich um die Ecke von Fälzerhaken rum. Dann kann ich auf Nordkurs gehen. Und Fehmarn liegt an. Mal schauen, ob's so weiterläuft. In einem Augenblick bestens. Mit jeder Meile, die ich auf Fehmarn zulieb, frischte der Wind mehr auf. So, Reff 2 eingebunden. Jetzt noch wieder irgendwelche Regenfronten rein mit Schauern. Ja, mit den Schauern, die jetzt aus Westen aufziehen, kommt noch ein bisschen mehr Starkwind. Wieder einmal hatte die Wettervorhersage perfekt gestimmt. Vor Fehmarn herrscht ein anderes Windfeld. Wenn die Gischt anfängt, waagerecht übers Deck zu spritzen und die ersten Brecher überrollen, dann herrscht Showtime. Hack ist angesagt. Der Rock'n'Roll beginnt. Das Gebiet um die Fehmarnsundbrücke ist bekannt für seine widrigen Wellengebirne. Die See kurz vor Fehmarn begann zu kochen. In Wellenberge stellten sich der Biedewind entgegen. Der Fehmarnsund trennt die in sich Fehmarn vom Festland. Diese Meerenge ist in West-Ost-Richtung zum Meer hin offen. Und genau deshalb können bei Windrichtungen aus West und Ost die Wellen aus den tieferen Teilen der Ostsee ungehindert in die Meerenge einlaufen. Dadurch, dass diese plötzlich erheblich flacher wird, können die einlaufenden Wellen sich unangenehm aufstellen. Die Biedewind hat ja mit nur 13 PS eine sehr kleine Maschine. Diese ist als Flautenschieber und für Hafenmanöver zu gebrauchen. Aber nicht, um gegen eine See anzumarschieren. Hatte ich für die ersten 28 Seemeilen in Rauschefahrt nicht einmal 5 Stunden gebraucht, dauerten die folgenden 5 Seemeilen fast 2 Stunden. Bei Wind direkt aus West und der West-Ost-Ausrichtung des Sundes gab es keine Möglichkeit, für die Biedewind in diesem engen Fahrwasser aufzukreuzen. Also musste die Diesel verkehren. So stammt sie die Biedewind-Maschine voll voraus gegen die Wellen an. So ein schwerer Langkieler ist zwar lahm und nicht so wendig wie die modernen Bootskonstruktionen, aber in solcher See einfach sicher und stabil und durch nichts zu erschüttern. Die Biedewind scheint dieses Wetter zu mögen und vermittelt mir ein Gefühl von Sicherheit. Es war natürlich klar, dass das morgens angekündigte Windgebiet 5 bis 6 Windstärken mit Böen 7 genau in dem Zeitfenster zwischen 2 und 3 kam, als ich die Brücke passieren musste. Danach flauchte der Wind wieder ab. Tja, die letzten 5 Meilen ab der Ansteuerung Fehmarn-Ost sind doch sehr, sehr mühselig. Hat aufgefrischt zwischenzeitlich auf 6 Windstärken aus West, sodass ich nicht gut durch die Fehmarn-Sundbrücke durchkam. Ich habe sie jetzt hinter mir, aber da steht ja eine scheißhackelige Welle. Naja, und ich komme so mit 2-3 Knoten bei voller Maschinenkraft gerade noch voran. Aber langsam ist Ort in Sicht und doch, ich denke mal, eine Stunde lang mich hier durchschaukeln lassen, dann bin ich sicherlich heile da. Mit dem Erreichen der Orterbucht geriet ich in die Landabdeckung des Krummstärd, einer natürlichen Landzunge im Naturschutzgebiet ab Leuchtturm Pflücke, das wie ein Wellenbrecher die Bucht aus Westen gegen die Wellen schützte, sodass ich in ruhige See gelangte. Von nun ab konnte ich mit seitlichem Wind in das Orterfahrwasser einbiegen und auf den Hafen zuhalten. Die Orterbucht ist ein Paradies für Kitesurfer und Surfer allgemein. A, weil auf Fehmarn meistens ordentlich Wind herrscht und B, weil die Orterbucht aus allen Richtungen gegen Wellen geschützt ist und sie selber extrem flach ist. Nur die Fahrrinne ist ausgebaggert, um in den Hafen zu gelangen, der 1881 angelegt wurde. Früher hatte der Hafen noch eine Bedeutung als Handelshafen, jetzt dient er nur noch den Sportboten als Unterschlupf und auch in Ort wird fast nur noch Tourismus betrieben. Ebenso wie in Lempgenhafen, dem anderen kleinen Ort an der Orterbucht. Beim Einlaufen fielen mir sofort die Zwillinge von Kappeln auf. Nachbau eines Lotsenkutter von 1850. Die Zwillinge gehören meinem Segelkameraden Conny. Mit Conny habe ich ein Jahr lang zusammen einen Traditionssegler gesegelt, bevor ich die Biedewind erwarb. Ich fand einen freien Liegeplatz neben einer Halberg-Rassi-Bistral. Ein wunderschönes Boot mit Holzaufbauten. Ebenso wie die Biedewind, die sich dort sofort wohlfühlte. Überhaupt war das ein Wohlfühlplatz. Mit einem Blick in den freien Hafen hinaus, Hafenkino inklusive. Da braucht man doch kein Fernsehprogramm mehr. Direkt hinter dem kleinen Deich befindet sich ein Parkplatz. Meistens frequentiert von Surfern, die von dort einen kurzen Weg in die Orterbucht haben, um ihre Bretter und Segel zu transportieren. Direkt am Kapport gelegen. Dem Ziel meiner Reise. Das Kapport ist eine liebevoll gepflegte Imbisskneipe direkt am Hafen. Treffpunkt der Segler und häufig auch mit Livemusik. Ich spielte im Kapport ein 90-minütiges Konzert, Corona-bedingt, draußen im Freien, natürlich mit den notwendigen Abstandsregeln. Nach Betriebsschluss kam ich noch kurz in die gute Stube zu Regina auf einen Absacker und spielte noch ein, zwei Lieder. Nico an Plack auf Kapport. In Kapport. Jetzt kriegst du uns hier mal von einem Seiten. Musik I want to love, I want to girl I've been a man up for a heart of gold With these expressions and love of girls That gave me such a fall, a heart of gold And I'm getting all or cool That gave me such a fall, a heart of gold And I'm getting all And I'm getting all or cool I've been your hard one, I've been the red one I've crossed the oceans for a heart of gold And I'm getting all or cool That gave me such a fall, a heart of gold And I'm getting all or cool Regina hatte sich hart auf gold gewünscht Und natürlich Jimi Hendrix Naja, Ohren auf! Hey John Tell me now What you gonna do with a gun in your hand I go down and shoot my lady Cause I found her with the round of man I go down and shoot my lady Cause I found her with the round of man I go down and shoot my maid イベット Hey John I saw you, i found your arm And shove it down Yeah, shove it down Shut it down to the ground Yeah, shove it down Shove it down Yeah, shove it down Shove it down Da ich weiß, dass jedes Musikvideo, was ich veröffentliche, mir mehrere Abonnenten auf meinem Kanal kostet, beende ich das mal an dieser Stelle. Aber interessant ist schon die Vorliebe für Jimi Hendrix. Das müsste damit zusammenhängen, dass dieser 1970 eines seiner letzten Konzerte auf Fehmarn gegeben hat. Jetzt sitzt er oben auf der Wolke, ist 75 und lacht sich darüber schlapp, was ich da unten für ein Theater veranstalte. Und sagt, Uwe, nimm dir eine Bluse ab und dann geht die Post ab. Ruhe kehrte wieder ein im Kaport. Am nächsten Morgen machte ich mir ein gemütliches Frühstück und gab Conny noch Leinenhilfe, der mit den Zwillingen vom Kappelnd wieder ablegte. Und auch für mich wurde es Zeit abzulegen und die Heimreise anzutreten. Ich liebe diese morgendliche Stimmung und ich liebe dieses Licht. Ich bin wieder ausgelaufen, mache mich jetzt auf den Weg unter der Fehmarnsundbrücke durch und dann geht es wieder heim nach Neustadt. Wind hat sich jetzt ziemlich gelegt, sind vielleicht noch gerade so drei Windstärken aus West. Sollte ich aber trotzdem gut schaffen, durchzukommen jetzt. Hauptsache ich muss nachher nicht Motoren, Gewitterböen sollen wohl keine weiteren mehr kommen. Na ja, ich freue mich noch mal auf einen schönen, schönen Segeltag. Ja, das ist doch jetzt eine ganz andere Kiste unter der Fehmarnsundbrücke durch, als auf der Hinfahrt, wo man gegen die Welle und den Windgegen an und toren musste. Jetzt ziehen die Segel schön, ich sehe es ruhig. Ach, und die Sonne lacht. Herz, was willst du mehr? Das war die Fehmarnsundbrücke. Die haben wir jetzt auch im Sack. Das hat ungefähr dreiviertel Stunde gedauert von Ort bis zur Brücke. Das ging jetzt recht flott. Im Augenblick laufe ich direkt glatt vorm Laken vorm Wind. Das war die Fehmarnsundbrücke. Ja, nun ist Rock'n'Roll zu Ende. Das war's mit Rock'n'Cup Ort. Neustadt in Sicht. Vermutlich eine Stunde werde ich wohl noch brauchen. Ich muss jetzt ein bisschen aufkreuzen, weil der Wind ziemlich von vorne kommt. Du schläfst auch langsam ein. Boah, es ist wunderschönes Wetter. Die See glitzert um Sonnenlicht. Einfach nur herrlich. Ja, das war ein schönes Kurzwochenende. Toller kleiner Druck. Jetzt kommt noch mal eine Woche Arbeiten und Klausuren. Und dann ist Schicht im Schach. Fertigmachen. An der Nordsee-Tour. Solltest du immer noch das Video gucken, hat dich meine Musik nicht abgeschreckt. Dann schenke mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Und sei gespannt auf die Abenteuer der Wiedewind in der Nordsee. Solltest du immer noch das Video gucken, hat dich meine Musik nicht abgeschreckt.